willkommen zurück beim witcher und wir gehen baden ja wir gehen sterben er hält halt auch gar nichts aus er kann gegen horden von monstern kämpfen aber wenn er mal fünf meter runter springen muss wir machen was dann ich würde gerne was sehen deswegen würde ich gerne erstmal meditieren ich weiß schon ich zeige euch die nacht über skellige relativ selten aber das liegt daran dass ich zur zeit vorzugsweise tagsüber spiele und jetzt wo der frühling da ist ist auch das licht heller und strahlt mehr auf meinen fernseher hier deswegen sehe ich dann da so wenig da sehe ich doch schon einige schätze zumindest einen leichnam und eine schatzkiste bisschen geld ach das war's schon jetzt müssen wir nur noch wieder einen weg rausfinden hier das ist diesem schlamassel hier vielleicht nein da nicht vielleicht hier drüben da sind noch gleich ein paar gegner brennegard 2 wer ist hier tot also echt aber immerhin magische stiefel gefunden ich habe eine schlange im stiefel was gibt es hier holger schwarz hans horn und tagebuch eines diebes ich jahre sohn von knut habe zweimal schande über mich gebracht erst als ich in todesangst vom schlachtfeld floh meinen schild ließ ich dort zurück und nun liegt er als zeuge meiner feigheit bis ragnarok auf dem grunde des summs das zweite mal war als ohren zwei schädel mich überredete holger schwarz hans horn zu stehlen ohren dachte ich würde das horn an schmuggler verkaufen doch das werde ich nicht tun wenn ich nur als dieb und bandit leben kann ziehe ich es vor gar nicht zu leben ich kann nur eines tun um meine ehre wieder herzustellen das horn hinbringen wo es hingehört in seine angestammte heimat matthias dem holger auftrug das horn zurückzuholen hat familie in der nähe dieser klippen ich hoffe dass er zum fest der tag und nacht gleich hierher kommt dann kann ich ihm das gestohlene horn zurückgeben und ihn bitten sich beim jaul für mich zu verwenden das ist die einzige hoffnung die ich noch habe ja tja wahrscheinlich bist du jetzt tot weil du mich angegriffen hast wie sie immer noch ihre choreo drauf haben so was haben wir hier nichts besonderes oder wie machen wir denn weiter das wertvolle horn kann ich beim matthias abgeben wo ist denn das hier unten da komme ich bestimmt noch mal ein anders hin von denen habe ich noch keinen besiegt der obelisk beim diebeslager und das könnte ja ich mal machen ich würde sagen erstmal noch kehr trolde oder was haben wir denn größeres zu tun mit lotha sprechen wo ist das hier unten ich habe irgendwie bock erst kurz den ganzen krämpel in wellen zu machen weil da ist nicht mehr viel offen das mache ich auch dann kann ich mich nicht voll auf skellige konzentrieren danach ich bin auch super oder erst will ich unbedingt aus novi grad weg und wellen um endlich nach skellige zu kommen komme ich hier zieht es mich schon wieder zurück aber so ist das eben da speichern wir lieber nochmal geht doch wo war jetzt hier nochmal gleich die schnellreise hier in arien bion ok was du nicht sagst ach das stench das stench das ist ja nett wie war das wenn ich auf ein schiff gehe kann ich direkt in den hafen segeln dann könnte ich aber auch direkt nach kehr trolde zurück segeln oder probieren wir mal da geht tatsächlich sehr schön da geht da geht da geht da geht Also zunächst wollten wir ja mal unser Schwert einsammeln. Halt, Quatsch. Falsch. Was denn? Hier. Ich habe außerdem noch ein paar Gwentmatches offen, habe ich gesehen. Kehre später zu Hattori zurück. Und Hattori ist doch hier unten, oder nicht? Hau mal zu den Docks. So schön das ist mit diesen Zusammenfassungen in den Ladescreens, manchmal gibt es irgendwie gar keinen großen Sinn. Oder man sieht es sehr, sehr oft. Ihr seht das immer nicht, weil das normalerweise nur dann kommt, wenn es gerade lädt. Also ich finde, wenn sie schon so viel Dialog aufgezeichnet haben, hätten sie da auch so Updates machen können mit irgendeiner animierten Grafik. Wenn man denn die wesentlichen Dinge erledigt hat. Aber bitte. Hooray! So, was ist es? So, was ist es? Wo soll ich das sein? Wo wird es sein? Wo wird es sein? Wo wird es sein? Nein, das ist gut. So. Es ist gut. Ein Scherbenschwert. Schau mal, was das kann. Gar nicht so schlecht. 169 bis 207 Schaden und momentan habe ich bei meiner Stahlwaffe 169 bis 207 Schaden. Nur halt mit mehr Boni. Das heißt, ich werde es wohl nie benutzen, aber das hebe ich mir auf jeden Fall mal auf. Schick. Dann gehe ich jetzt doch mal schnell zum Fischmarkt, weil da habe ich glaube ich auch beim Schmied noch eine Gwent-Runde offen. Danke nochmal an unseren Zuschauer. Der immer so schön aktualisiert in der Excel-Tabelle, wie gut ich beim Gwent bin und was mir alles noch fehlt. Ich glaube bei dem ist auch noch eine... Dem habe ich auch noch eine Rechnung offen. Da war ja ziemlich stark die letzten Mal. So, ich habe den Tipp bekommen, dass Willen, Treten, Merd stärker ist als Verbrennen. Dass ich den rausschmeißen kann, habe ich ja schon rausgeschmissen. Und dass ich nach und nach auch meine... Nahkämpfer rausgeben kann. Wieso ist denn da nur einer von den blauen Streifen drin? Wo ist denn der andere? Hat der mir einen Mitspieler geklaut? Geht das? Stehlen einem die Gegner Karten? Ich hatte doch zwei davon, oder nicht? Hier. Ne, sehr merkwürdig. Dann werfe ich den auch mal raus, weil allein bringt er mir nicht so viel. Achso, ne, da waren schon zwei, ja okay. Drei habe ich sogar davon. Hehehe, ja okay. Ach, dann nehme ich... Ne, ich probiere es jetzt mal mit ein bisschen... Fernkampf fokussierter. Von dem habe ich... Ja, da habe ich sogar zwei. Okay, die behalte ich mal. Von den Sonderkarten... Wenn ich weniger auf Nahkampf gehe, dann kann ich ihm noch eine mit reinwürgen. Jetzt probieren wir es mal so. Und er spielt die Monster. Das könnte nahkampfmäßig sogar gar nicht so blöd sein. Zwei finden. Ein Spion. Ja. Kaum Fernkämpfer. So, ein bisschen mehr. Vielleicht habe ich sogar noch einen. Ja, genau. Ah, jetzt hätte ich vielleicht auch noch eine Finte tauschen müssen. Aber dann kann ich mir wenigstens ein paar Karten zurückholen. So. Dann fangen wir gleich mal mit dem Spion an. Jetzt habe ich eine starke Ballistikreihe. Aha, klaut er sich auch gleich. Cleveres Böschchen. Dann... Versuche ich ihm mal ein paar Nahkämpfer rauszulocken. Geht natürlich nicht. Ich kann ihm ja nicht sagen. Nimm diese oder jene Angriffsreihe. Aha, okay. Jetzt passt er schon. Okay. Naja. Gut, wenn er meint, geht die an mich. Dann kriege ich eine Extrakarte. Und dann ist wieder Gleichstand. Fangen wir quasi von vorne an. Dann probieren wir das Ganze einfach nochmal. Jetzt geht's los. Nahkämpfer. Wo er sich ein paar aus dem Stapel sieht. Sehr schön. Die konnte ich immer mit meinen Nahkämpfern. Weil, falls ich dann das Einfrieren benutze, schadet mir das nicht. Ui. Aha. Mit dem könnte ich ihm jetzt, wie war das nochmal, die stärksten Nahkampfeinheiten, wenn die Gesamtstärke mindestens 10 beträgt. Gut, dann brennen wir hier mal da ein paar raus. Ah, das waren nur die zwei. Die anderen sind eher schwach, aber immerhin. Ach, dann versuche ich die Runde doch gleich mal zu gewinnen, oder? Jetzt hätte er natürlich noch die Chance, eine schöne Wetterkarte zu spielen. Das ist eigentlich in der letzten Runde ein bisschen cleverer. Aber was soll's. Nebel, ja, okay. Hat mir jetzt nicht so sehr weh getan. Jetzt hat er nur noch einen Punkt Vorsprung und nur noch drei Karten. Dann gehen wir jetzt mal auf die Belagerungsreihe. Oh, der tut natürlich weh. Aber jetzt hat er nur noch zwei Kärtchen. Ja. Den hat er sich gedoppelt, aber das kann ich auch noch machen. Da kommt die letzte Karte. Nützt ihm im Ablagestapel so viel nicht mehr. Jetzt hat er gepasst. Jetzt spielen wir noch die. Und die Anführerkarte. Und damit geht die Runde an mich. Herzlichen Dank. Hat der keine Karten dabei? Na toll. Verkauft der vielleicht welche? Hm, nee. Dann kann er hier ein bisschen... Obwohl, das gibt mir der Schmied noch besser. Ein paar Waffen kaufen. Haben wir den immerhin auch geschafft, endlich mal? Oder habe ich den sogar schon mal geschafft und jetzt mit dem Buchhändler am Hierarchenplatz verwechselt? Auch möglich. Wäre jetzt natürlich ein bisschen peinlich, aber der hat sich jetzt schon wacker geschlagen gerade. Was ist denn mit ihm hier? Ne, aber ich glaube, es war der Schmied, den ich noch nicht hatte. Blacksmith. Fishmarket hieß es, glaube ich. Also er hier. Jetzt reparieren wir mal kurz unseren Krempel. Katzenarmbrust. Ah. Ah, wobei, die kann ich mir eigentlich schon mal bauen lassen. In ein paar Leveln brauche ich die dann sowieso. Oh, da habe ich mir die schon gebaut. Das wäre natürlich jetzt ein bisschen scheiße, aber naja. Ich glaube nicht. So, Waffe. Die hebe ich mir mal auf das Scherbenschwert. Und... Ah, wieder nicht genug Geld dabei. Mein Gott. Können wir vielleicht irgendwas kaufen, damit wieder ein bisschen Geld hat. Weil das Pferd von hinten aufzäumen. Und ich glaube nicht. Ne, da muss ich mir dann noch einen anderen Schmied suchen. Wie geil, die immer schauen. Das probieren wir gleich nochmal so. Monster wieder. Zwei Spione. Sieht ganz gut aus. Das probieren wir so. Das probieren wir so. Holla. Holla. der passt, dann hole ich mir den nochmal zurück oder brauche ich die Finte vielleicht später nochmal falls einen der Spione spielt das geht mir glaube ich lieber so hat jetzt eh schon echt viele Karten ausgespielt 11 zu 6 jetzt geht er auf die Nahkampfreihe die kann ich immer mal einfrieren dann probieren wir ja dann probieren wir es erst mal so jetzt die Rilla eine Mumel mal schauen ob er die anderen auch noch hat Tatsache nicht schlecht jetzt passt der schon ja gut das ist ja super easy dann ach ne er hat ja die erste gewonnen ah das war jetzt ein bisschen blöd ja wohl denkfehler ich hatte ja die erste gewonnen natürlich die ich aufgegeben hatte und ihm nur viele Karten rausgezogen habe aber ja passt schon ich habe immer noch drei Karten Vorsprung wäre nur schlecht wenn er eine Regenkarte hat das könnte noch knapp werden jetzt doppelt er die da hinten das gleiche mache ich auch und ich habe natürlich die Finte nicht gespielt die hätte ich mir vorhin in der zweiten Runde noch zurückholen können aber es müsste eigentlich reichen ja genau wieder einer weg von der Liste das war jetzt eine recht gewendlastige Folge in der nächsten Folge würde ich sagen besuchen wir Lambert und schauen mal ob wir nicht den Greifen nördlich von Krähenfels erliegen können bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal